So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich nehme diese Folge auf am Samstag beim Mega Raid Day mit Logok, Sumpex und Gewaldro. 14 bis 17 Uhr läuft der Raid Day, man hatte 6 kostenlose Pässe zur Verfügung. Mit dem Ticket, was es gab, hatte man nochmal zusätzlich 6 kostenlose Pässe, also insgesamt 12. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich werde eine Raid Tour machen, die haben wir im Stream auf YouTube übertragen. Pupsi war auch dabei, ich hatte 2 Accounts, sie hatte 2 Accounts und bei 12 Raids und 3 Raid Bossen war das Ziel, jedes 4 mal zu machen. 4 Sumpex, 4 Gewaldro, 4 Logok, wie die Ausbeute war, was es da jetzt gab, möchte ich euch zeigen. Plus natürlich auch meinen Mega Decks vervollständigen, wieder mit männlich, weiblich, Lucky, Shiny, ne Lucky nicht, aber Shiny, 100 und so weiter. Hier seht ihr, da wird immer noch fleißig eingeladen, da hat der Win, der Win hat gerade eingeladen nach Penzberg, Bayern, Grüße gehen raus und ihr seht auch in der Umgebung, es sind ja immer noch überall Raids. Das Prinzip diesmal war wieder ein bisschen anders, sonst war bei einem normalen Raid Day ja, die Raids gingen auf und 3 Stunden an der Arena war dieser Raid. Man konnte also von A nach B fahren und konnte eine fette große Raid Tour machen. Dann gab es 6 Stunden Raid Days und man dachte, 6 Stunden die Raids, wie geht das denn, aber die haben natürlich auch 3 Stunden gehabt und nach den 3 Stunden waren alle weg und sind einfach die nächsten 3 Stunden komplett neu erschienen. Dieses Prinzip jetzt ist vielleicht sogar noch besser, denn die Raids gingen alle immer nur eine Stunde, von 14 bis 15 Uhr, von 15 bis 16 und 16 bis 17. Das heißt, an einer einzigen Arena konntet ihr trotzdem 3 Raids machen. Für Leute, die also nicht so viele Arenen haben, haben sie nicht 3 Stunden dieses eine Pokémon an der Arena, sondern haben in den 3 Stunden 3 verschiedene Mega Raids jetzt an dieser einen Arena gehabt. Wenn ihr also nur 3 Arenen habt, habt ihr trotzdem 9 Pokémon gehabt. Anstatt nur 3. Ist also eigentlich eine coole Sache. Wir sind also viel eher fertig geworden und haben einfach eine kleine Tour gemacht. Der Dixon war auch am Start, den habe ich jetzt, muss ich mich noch anfreunden gleich. Der ist mir letztens bei den Hoopa Raids auch immer aufgefallen. Der Bierbenny war am Start, wir sind mit 3 Autos also rumgefahren. Ich habe die plötzlich an der ersten Arena getroffen, wir sind dann zu dritt immer mit dem Autokorso rumgefahren. Das fand ich sehr cool. Wie sieht die Ausbeute jetzt also aus? 4 Raids von jedem. Der allererste war ein Sumpex und war direkt auch ein Shiny. Das fand ich richtig genial. Ein Shiny Sumpex, dann gab es 2 Logok, dann gab es 3 Sumpex nacheinander. Gefühlt habe ich fast überall da nur noch Sumpex gesehen. Dann haben wir gesagt, wir haben schon 4 Sumpex, ab jetzt machen wir nur noch Logok und Gewaldro. Es haben also noch 2 Logok gefehlt und 4 Gewaldro. Das erste Gewaldro endlich gefunden, dann das zweite Gewaldro gefunden, ist auch ein Shiny gewesen. Und dann noch 2 Logok und 2 Gewaldro hinterher. IV kann man uns auch angucken. Der ist relativ gut, 14, 14, 14, steht überall natürlich Hildburghausen dran. 3 Sterne hier auch, 3 Sterne, 2 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne, nochmal 3 Sterne, nochmal 3 Sterne. Der ist sogar besser als das Sumpex, weil der hat einfach einen Punkt mehr, 14, 15, 14. Nochmal 2, nochmal 2, also zum Ende hin wurde es dann schwächer, aber ansonsten durchweg gehen fast immer 3 Sterne. Wir haben insgesamt jetzt 1000 Mega Energie bei 4 Raids, weil wir für jeden Raid 250 Mega Energie bekommen haben. Die Lobbys waren sehr voll. Ich und Pupsi hatten ja schon 4 Accounts. Der Bierbenny, der war auch mit seinem Sohn unterwegs. Die haben bestimmt auch 4 Accounts gehabt. Der Dixon war mit seinem Sohn unterwegs. Die haben glaube ich auch 4 oder 5 Raids gehabt. Manche waren vielleicht so sogar vor Ort von euch und haben geholfen. Und dann gab es noch im Stream, im Chat welche, die gesagt haben, ich habe dich geedit, kannst du mich einladen? Und dann habe ich geguckt, es ist immer sehr kompliziert unterwegs, wenn der Chat nur kurz aufblickt und dann wieder weg geht. So schnell kannst du gar nicht gucken. Wir haben es trotzdem geschafft, immer mal ein paar Leute einzuladen. Erhard war viel dabei, Patsch war dabei und so. Der Deku war auch dabei. Ein paar neue Leute, die ich mal angenommen habe, reingenommen habe. Das war eigentlich ganz cool. Also Ziel erreicht. Hat auch nur eineinhalb Stunden gedauert. Dann waren wir fertig mit unseren 12 Pacen. Durch das Ticket gab es natürlich auch mehr XL Bonbons vor Ort. Also XL Sonderbonbons, mehr Erfahrungspunkte, die aber nicht angezeigt wurden. Hat Schilling auch gepostet mal. Die werden nicht angezeigt, aber die kriegt ihr trotzdem. Schön, 4 von jedem bekommen. Und was mich besonders freut, dass bei 4 Zumbix Raids direkt ein Shiny dabei war. Bei 4 Givaldo Raids auch Shiny dabei war. Wäre jetzt noch Lokog als Shiny drin gewesen, wäre das irgendwie perfekt gewesen. Was ich jetzt aber machen möchte, den Mega-Decks. Denn wenn wir hier mal drauf gehen und gucken uns mal die Mega-Pokémon an, die wir bisher haben. Seht ihr, die 3 sind angezeigt als gesehen, aber wir haben sie noch nicht entwickelt. Und ich versuche immer bei jedem hier männlich, weiblich und shiny einzutragen. Deswegen ist es mir wichtig, mehr Energie zu sammeln als andere Menschen. Weil ich halt immer männlich und weiblich machen muss. Wir fangen mal an mit, weil es in der Reihe als erstes kommt, mit Givaldo. Ich gehe also jetzt hier drauf. Ich gebe mal Givaldo ein. Ihr müsst ja nicht eins entwickeln, was ihr jetzt hier habt. Frisch gefangen. Ihr könnt eins entwickeln, was ihr schon auf der Hand hattet. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, oh, ich habe jetzt 2 Givaldo gefangen. Ich nehme das zweite und mache eine Mega-Entwicklung draus. Ihr könnt euer altes Givaldo mega entwickeln mit dieser Energie. Ihr sammelt über diese Rates ja nur Energie. Jetzt muss ich mal Givaldo. Das beste Givaldo, was ich habe, ist dieses hier. Das ist ein 100%iges auf Level 50 mit Flora-Statue. Das mit 200 wird jetzt erstmal mega entwickelt. Dann seht ihr auch gleich die maximalen WP, wie hoch das kommt. Auf 4.500. Und das heißt, perfekt wäre es, damit man nicht männlich, weiblich, 100 und Shiny entwickelt. Das wären ja vier Entwicklungen. Da wären alle 1.000 Mega-Energie schon weg. Am besten also, wenn ich jetzt ein männliches Hunderter hätte. Ist es ein weibliches? Weil ich jetzt ein weibliches Hunderter habe, dass ich ein männliches Shiny noch entwickle. Und dann wäre es perfekt. Das kommt also auf 4.585. Mega-Givaldo ist fett und groß, sieht gut aus und kann ich jetzt 30 Tage lang entwickeln. Sodass ich dann auch Mega-Stufe 3 habe. Das ist ein Weibchen. Wir brauchen also ein männliches Shiny. Durch Zufall ist das zweite hier in der Liste sogar ein männliches Shiny. Das hat auch die Attacke Flora-Statue. Das passt perfekt. Wir entwickeln also auch dieses männliche Shiny und das Hunderter-Weibliche. Und schon habt ihr männlich, weiblich, Hunderter und Shiny eingetragen. Seht, der kommt nur auf 3.5, der ist ja nicht gemaxed gewesen. 600 Energie ist übrig. Wenn ich jetzt auf den Pokédex gehe, seht ihr, es ist alles eingetragen. Alles perfekt. Hier, Mega-Logog ist der nächste, den wir machen wollen. Suchen wir uns jetzt also Logog. Logog, 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 Logog. Das ist der beste, den ich habe. Der ist gemaxed. Der hat Loa-Kanonade. Das ist alles perfekt. 100% Level 50. Wir entwickeln ihn einfach mal fix. Der kommt sogar noch höher. Nicht auf 4.500, sondern auf 4.700. Als Feuerangreifer, aber auch als Kampfangreifer zu benutzen mit 4.700. Das ist wirklich ein Biest. Guckt euch den an. Guckt, wie der aussieht. Ich finde es auch schön, immer ein normales und ein Shiny zu entwickeln, dass man auch die Unterschiede sieht. So, das ist ein männliches. 4.704. Das heißt, wir brauchen zusätzlich jetzt noch ein weibliches Shiny. Hier ist ein Shiny. Ist aber männlich. Wir haben hier männlich. Wir gehen weiter runter. Also, wenn wir so mal durchgucken, sehen wir männlich, 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 weiblich. Das ist ein Shiny. Weiblich. Und jetzt müssen wir mal probieren, denn es hieß ja, die Pokémon, die ihr aus dem Mega Raid fangt, haben die Seed-Day-Attacken. Zusätzlich wurde dann bekannt, dass wohl, wenn ihr jetzt in diesen drei Stunden entwickelt, ja auch die Event-Attacken bekommt, was natürlich perfekt wäre. Deswegen nehmen wir jetzt dieses weibliche Shiny Flemly, entwickeln das jetzt erstmal zweimal, damit wir überhaupt ein Shiny Logok haben, was weiblich ist. Und wenn es wirklich absolut passt, hoffe ich, hat es dann trotzdem auch Lohe-Kanonade. Weil du nicht nur aus dem Raid, sondern auch durch die Entwicklung jetzt die Event-Attacken bekommst. Wir gehen also hier drauf, Jungglut, noch einmal entwickeln, zu Logok. Das ist so perfekt, perfekt, da kannst du die Sammlung nicht machen. Männliches, weibliches, Shiny, 100, alles am Start. Jetzt seht ihr schon, wir haben noch 800, den müssen wir auch machen. Und es hat Lohe-Kanonade. Es hat Lohe-Kanonade und wir machen auch hier jetzt die Mega-Entwicklung auf 2900. Perfekt. Wenn das Video rauskommt, ist es für euch natürlich eh zu spät. Aber das ist das halt, das ist der Unterschied. Manche, die sitzen halt da, die spielen so ein bisschen nebenbei. Und dann gibt es Leute, die haben ihre Ohren halt einfach überall. Warum weiß ich es denn? Ich bin kein Allendic-Partner. Ich weiß es, weil es gepostet wurde, weil es in diversen News-Gruppen gesagt wurde, weil es im Fan-Chat, weil Leute das gesagt haben und geschrieben haben. Deswegen, ich empfehle euch, kommt in den Fan-Chat. Wenn es da irgendwas gibt, der Tobi postet da viel rein, was er sieht. Viele Dinge weiß ich nur auch vom Tobi. Andere Moderatoren oder Ad-Mans posten da rein. Wir tauschen uns immer aus, damit jeder immer alles genau weiß. Wenn ich sonst was sehe, poste ich es in den Community-Tab bei YouTube. Aber das habe ich heute durch Zufall gelesen. Das wurde auch in diversen News-Gruppen gepostet. Ich bin also bereit. Jetzt brauchen wir nur noch Sumpex. Seht ihr auch nochmal, dass das alles eingetragen ist? Männlich, weiblich, shiny. Seht ihr den Unterschied auch nochmal zwischen dem shiny und dem normalen? Das weiße Fell wird dann halt gelb. Oder hier. Ich werde halt Eismint-Blau. Und jetzt Mega-Sumpex, was mein Liebling ist natürlich, weil der halt aussieht wie so ein dicker Brocken. Sumpex. Wir haben ein 100% Level 50er Best-Buddy Sumpex von 2017 mit... Wieso hat er Lehmbrühe? Erdbeben-Aquahopizze. Das ist aber jetzt... Ich habe damals, genau, ich habe damals immer die ganzen Sumpex-Entwicklungen gesagt. Ich brauche die Attacke nicht, weil ich spiele die ja eh alle mit Erdbeben, weil ich den immer als Bodenangreifer genommen habe. Man könnte natürlich, wenn man dieses hat, jetzt einfach die Lehmbrühe mit einer Top-Lade-TM ersetzen und könnte sich nochmal Aquahopizze holen. Ich glaube aber, weil das ist ja auch ein 100er dann, dass ich dieses 100er einfach hochziehe. So, auf 3300 noch was. Da kann ich jetzt auch nämlich den Level 50-Badge dran machen, Aquahopizze. Ich muss mir nur merken, dass der noch eine Best-Buddy-Badge braucht. Aber man muss ja eh damit nochmal ein bisschen laufen, um wieder Mega-Energie zu sammeln. Damit man auch jeden Tag einmal es entwickeln kann. Also wird der irgendwann auch noch Best-Buddy. Hat jetzt hier Aquahopizze. Ist männlich. Wir entwickeln einmal. Der kommt sogar noch höher. Wir hatten bis jetzt 4500. Wir hatten 4700. Der kommt auf 4900. Guckt euch das an. Im Mega-Pugedex registriert. Was ein Brocken. Jetzt als Wasserangreifer. Oder als Bodenangreifer. Der braucht eigentlich nochmal eine zweite Attacke dazu. Ich gebe dem jetzt hier auch eine zweite Ladeattacke. Der kriegt jetzt Schlammwoge. Der braucht bestimmt Erdbeben oder was anderes. Ich lasse den jetzt einfach so wie es ist. Moment. 4975. Männlich. Wir brauchen ein weibliches Shiny. Was haben wir denn überhaupt weiblich hier? Weiblich, weiblich, weiblich. Wir suchen weiblich. Da ist kein Weibchen dabei. Das ist auch nicht Weibchen. Das ist nicht weiblich. Immer noch Männlich. Oh, ein Weibchen. Uh, genial. Das heißt, ich werde den jetzt auch nehmen. Weil das das Shiny ist. Werde den entwickeln. Werde den auch Megamieren. Weil er dann ja trotzdem auch Aquahorbitze beherrscht und bekommt. Hätte ich jetzt ein normales 100er Hydrobi noch gehabt. Hätte ich das ja auch jetzt entwickeln können. Und dann hochziehen. Aber dann habe ich zwar die Attacke drauf. Aber dann fehlt mir ja trotzdem auch die Best Body Badge. Deswegen habe ich lieber das andere gemaxed. Da ist die Attacke schon drauf. Äh, ich spare Bonbons. Als wenn ich jetzt ein Hydrobi entwickelt hätte für den ersten. Und wir müssen eh damit laufen. Dieses Sumpec sieht sehr gut aus, würden die Leute sagen. Wir machen jetzt ja auch die Megaentwicklung drauf. Bitteschön. Jetzt habe ich gar nicht nach der Attacke geguckt. Aber es müsste jetzt natürlich so sein, wirklich, dass die Ladeattacke passt. Dass ihr also jetzt auch Aquahorbitze habt. Da ist er mit 3440 Lehmschuss Aquahorbitzen. Ich habe noch genau 600 Megaenergie übrig bei allen. Alle drei eingetragen. Alle drei im Mega-Decks. Richtig genial. Und wie war euer Raidtag? Habt ihr auch Raids gemacht? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Und wie viele Raids von jedem? Bei mir 4, 4, 4. Dann war ich fertig. 2 Shinies bekommen. 1.000 Energie bei jedem. Und jetzt habe ich alles komplett. Und freue mich, dass ich die jeden Tag entwickeln kann. Und ich freue mich auch auf den nächsten Raid Day. Am 24. Mit dem Hisui. Actilas. Oder wie das heißt? Oder Arctiv? Ne, Actilas. Ist ja die Weiterentwicklung. Da wird nicht so viel geradet. Da gehen die freien Pässe weg. Auf der Suche nach einem Schein. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Und jetzt fällt mir auf, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Ich habe es extra am Anfang ausgeblendet. Zack. Wollte das einblenden, weil das ist doch das Kanal-Maskottchen für diesen Monat. Ich habe es am Anfang da gehabt und habe gedacht, nee, blende es aus. Und wenn das Video anfängt, sagst du, und jetzt zeige ich euch noch das Kanal-Maskottchen. Blende es ein. Und jetzt habe ich es natürlich bis zum Ende gar nicht mehr dran gedacht. Dieses Pikachu ist das Kanal-Maskottchen für den Dezember von IceCorpions ausgewählt, weil der wieder die Raidmania gewonnen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis der ihn Peaceout vorhaut. Euer Ramses und euer Pupsi. So, dir habe ich jetzt schnell meine Stimme verstellt. Bin Bauchredner, ne? Tschüss.